Ich begrüße Sie sehr herzlich an diesem besonderen und bemerkenswerten Tag zur Grundsteinlegung für das LVR-Museum im archäologischen Quartier Köln, kurz das MIGWA. Direkt vor dem Rathaus zu Köln stehen wir auf dem Grund eines der wahrscheinlich aufregendsten Museensbauten überhaupt. Der Grundstein mit Inschrift soll Glück und Frieden ins Haus bringen. Im Jahr 2021 werden wir somit auf eine 1700 Jahre lange Geschichte jüdischen Lebens in Köln zurückblicken. In ganz Nordrhein-Westfalen gibt es nirgendwo in Zukunft einen Ort, wo so an das erste jüdische Leben in Nordrhein-Westfalen erinnert wird. Deshalb wünsche ich allen Beteiligten eine gute Hand jetzt beim Bau, ein gutes Gelingen, Glück auf und Gottes Segen für dieses neue Museum.